Dann begrüße ich euch alle ganz herzlich zur Pressekonferenz. Anlass ist zum einen unser nächstes Heimspiel. Diesen Samstag geht es hier zu Hause mit dem ersten Heimspiel im neuen Jahr gegen den FC Ingolstadt weiter für zu Nures Anstoß. Aber wir haben auch noch andere Neuigkeiten für euch und dafür würde ich das erste Wort direkt an unseren Sportvorstand Ole Buck weiter geben. Vielen Dank Christina und Hallo in die Runde. Ich möchte die Gelegenheit heute nutzen, um eine wichtige Weichenstellung für unseren Verein und für die Zukunft des Vereins bekannt zu geben. Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, den Vertrag mit unserem Cheftrainer Horst Steffen langfristig bis 2026 zu verlängern. Ich freue mich natürlich auch persönlich dass wir diese erfolgreiche und stets freundschaftliche Zusammenarbeit so weiterführen können. Ich bin überzeugt davon, dass es der nächste Meilenstein auf unserem Weg in Richtung Kontinuität ist und sehe unseren sportlichen Weg einfach noch nicht am Ende. Und offensichtlich ist es auch so, dass unser Cheftrainer diesen Weg auch noch nicht am Ende sieht. Ich denke, dazu kann er aber hoffentlich später auch noch ein bisschen was sagen. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich freue mich also sehr, dass wir hier die nächsten Jahre gemeinsam mit dem gleichen Elan und Optimismus angehen können, wie wir es die letzten Jahre doch geschafft haben. Ich freue mich, dass du mit deiner Persönlichkeit uns erhalten bleibst. Ich denke, zu den Beweggründen, zu den Argumenten aus Vereinssicht muss ich nicht viel sagen. Ich werde es mal ganz kurz zusammenfassen. Auf der einen Seite ist Horst einfach ein herausragender Trainer, der mit seiner Kompetenz besticht und der alles mitbringt, was wir uns für einen Cheftrainer im sportlichen Bereich wünschen. Und dazu darf ich sagen, dass er vielleicht im menschlichen Bereich sogar noch stärker ist, mindestens genauso stark und dass er vielleicht wie kein Zweiter oder wenige andere die Werte des Vereins auch verkörpert und vermitteln kann. Ja, und ich glaube, aus den kurzen Ausführungen hört man schon raus, dass wir als gesamter Verein sehr glücklich sind und ich hoffe auch, dass es Horst am heutigen Tag genauso geht und dass er vielleicht noch ein, zwei Sätze zu seinen eigenen Beweggründen sagen darf. Das darf er dann auch direkt. Danke, Ole. Ja, Horst, wir freuen uns alle, dass es mit dir weitergeht, dass du uns noch ein paar Jahre hier in Elversberg erhalten bleibst. Wie geht es dir nach der Vertragsverlängerung und ja, wie Ole gesagt hat, wie sehen deine Beweggründe dafür aus? Ja, es ist schön, dass ich hier weiterarbeiten darf, dass wir diese gemeinsame Zeit erstmal rückblickend schon mal auch so gestalten konnten, wie es gelaufen ist und ja, trotz eben auch mal einer Situation, wo du Zweiter geworden bist und die Idee des Aufstiegs da war, der Verein auch da schon gesagt hat, nee, der Horst ist der richtige Trainer. Entscheidend ist das, was Ole gesagt hat, dass wir das Gefühl haben, es geht hier weiter, es entwickelt sich weiter. Die Freude an der Arbeit, die war stets da. In Phasen, wo es dann mal, ja, Rückschläge gab, ist es dann auch immer so ein bisschen mühsamer. Aber das waren eben ganz, ganz wenige Situationen und die gehören einfach ins Leben dazu, dass es immer wieder gibt, auch Dinge mal durchzustehen. Und das haben wir gemeinsam getan und sind dann doch aufgestiegen, Gott sei Dank, und haben viele schöne Erlebnisse zusammen gehabt. Wir haben einfach ein Umfeld, was dafür steht, dass man kontinuierlich gut arbeiten kann, dass wir was entwickeln können. Und ja, deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass der Verein das möchte und wir zusammengekommen sind und das weiterführen, was wir bisher angefangen haben. Das ist noch ein Weg, den wir vor uns haben. Wir wollen jetzt das nächste Spiel gut vorbereiten. Das liegt mir sehr am Herzen, dass wir darauf hinweisen, dass es jetzt gegen Ingolstadt einfach weitergeht. Und klar ist, dass da kein großes Bohai drum gemacht wird, dass ich jetzt weitermache. Für einige war das ohnehin klar. Insofern ist das nur eher am Rande zu bemerken. Ich freue mich darauf, dass ich Ingolstadt vorbereiten darf und dass wir dann auch wieder Erfolge feiern dürfen am Samstag am besten direkt mit einem Dreier. Damit hast du die eigene Einleitung quasi schon gemacht. Gegen Ingolstadt geht es zügig weiter. Es ist nochmal ein Topspiel, kann man so sagen. Neustadt ist ja auch im Prinzip an den Aufstiegsplätzen dran als ehemaliger Zweitligist. Wie siehst du den Gegner jetzt zum Abschluss der Hinrunde? Ja, es ist so, dass Ingolstadt eine gute Mannschaft zusammen hat, eine gute Runde bisher gespielt hat. Das Spiel gegen Aue haben sie sich bestimmt auch anders vorgestellt. Das ist klar. Sie sind also ähnlich wie wir mit der Niederlage gestartet und wollen sicherlich auch zeigen, dass sie das anders können und ein Ergebnis erzielen hier bei uns, um Punkte mitzunehmen. Das wollen wir verhindern. Es ist eine sehr stabile Truppe, die schon auch Qualität auf dem Weg nach vorne immer wieder hat, die ordentlich verteidigt. Insofern müssen wir wieder an unsere Bestleistung kommen und das ist das Ziel in dieser Woche eben auch im Training gewesen, dass wir sagen, so wir dürfen wieder an unsere Bestleistung kommen und dann werden wir auch wieder ein gutes Spiel gegen Ingolstadt machen. Danke Horst. Von euch gibt es mit Sicherheit Fragen. Wir haben hier immer ein Mikro für euch, also bitte einmal kurz melden. Ich würde trotzdem noch auf das Erste zurückkommen, dann nicht auf Ingolstadt. Weil du gesagt hast, einige haben es eh schon gewusst oder haben sie es schon gedacht, tatsächlich wie schwer einfach nach der Zeit, nach dem Vertrauen, nach den Jahren war es denn, um noch sich zu einigen, das Ganze weitermachen zu lassen. Geht das dann ganz schnell oder war das dann doch schon ein längerer Prozess? Nee, es dauert halt immer ein bisschen. Ein ganz langer Prozess war das nicht, aber es müssen halt Dinge dann auch zu Papier gebracht werden und und und. Insofern waren wir relativ schnell beisammen. Ja, und dementsprechend hat das ein bisschen länger gedauert, als wir vielleicht auch beide wollten, weil es eben noch dann verschriftlich werden musste und so weiter. Das musste noch alles geprüft werden und dann hat das ein bisschen länger gedauert, als vielleicht auch gedacht. Aber grundsätzlich waren wir beide, glaube ich, ganz einer Meinung, dass wir unseren Weg weiter gestalten wollen, dass wir uns persönlich einfach schätzen und dementsprechend liegt da eben das auch nahe, dann zu verlängern und zusammenzukommen. Ich weiß, dass es sich immer weiterentwickelt und nach vorne geht. Dementsprechend, was war dir wichtig, um zu sagen, okay, wir gehen in die Verlängerung, abgesehen von dem Sportlichen, was wir alle sehen können? Ja, es ist schon viel das Sportliche, aber wie gesagt, auch die Menschen, die ich hier kennengelernt habe, tragen ihren Teil dazu bei, dass ich das relativ leicht dann sagen kann, hier fühle ich mich wohl, hier möchte ich gerne bleiben. Und klar haben wir jetzt eine Halbserie gespielt, die einfach auch sehr vielversprechend war und wir einfach das Gefühl haben, da geht es voran. Wir haben das Stadion, was sich da auch entwickeln wird und Trainingsgelände ist irgendwo angedacht, dass das in naher Zukunft dann irgendwann auch so steht, dass ich sage, es ist für mich dann eine Freude daran teilzuhaben, wie der Verein auch noch weiter sich entwickelt und wächst. Neben dem, was ich zu verantworten habe, dass der Fußball eben vernünftig läuft, ist es auch schön mitzuerleben, wie ein Verein eben auch in der Entwicklung steht. Und das habe ich ja schon seit ein paar Jahren auch begleitet, wo es mal da wieder Fortschritte gab, da wieder Fortschritte gab. Und klar ist für mich in erster Linie wichtig, dass wir einen Kader zusammen haben, der dafür spricht, dass wir auch gute Leistungen immer wieder aufs Feld bringen. Das ist das Wichtigste. Und da haben wir auch in den letzten Jahren eben in der Zusammenarbeit wirklich gute Jungs dann gefunden, die uns weiterbringen, die die Qualität der Mannschaft dann eben auch verbessern. Also auch das ist dann ein Thema, dass wir von Jahr zu Jahr die Mannschaft verbessern konnten und wir das Gefühl haben, okay, wir finden auch weiterhin gute Spieler, die uns dann auch zum Teil noch verbessern. Wenn ich das mit der Trainingsarbeit bei dem einen oder anderen nicht mehr schaffe, ist auch klar, dass es dann vielleicht auch mal einen Wechsel bei den Spielern geben wird und kann. Und da haben wir, glaube ich, und gerade Ole eben in erster Linie sehr, sehr gute Griffe gemacht in den letzten Jahren. Und ja, dann gehört das eben auch zu der Entwicklung. Neben der Infrastruktur drumherum gehört es zur Entwicklung, dass die Mannschaft auch von Jahr zu Jahr besser wird. Eine Frage hätte ich noch, bevor das Mikro dann wandert oder Heiko ja erstmal noch dran ist und zwar zur Verlängerung. Ole hat es schon gesagt, den nicht unwesentlichen menschlichen Anteil bis 2026, das wären dann knapp acht Jahre. Es ist jetzt schon eine sehr, sehr lange Zeit. Du hast schon einiges erlebt im Profifußball. Ist das für dich auch sowas, wo du sagst, also es ist was Besonderes, so lange ein Teil von etwas vielleicht zu sein, es mit zu prägen, weil es einfach nicht selbstverständlich ist? Und du, ich weiß, dass du Dinge zu schätzen weißt, weißt du auch dieses Gut dementsprechend zu schätzen? Wie viel Anteil hat das? Ja, das hat schon auch einen großen Anteil. Also ich weiß, wie das im Fußball normalerweise läuft. Und das ist eben auch hier nicht normal gelaufen, dass sie mit mir gearbeitet haben, von meiner Qualität, eben unabhängig von diesem Zielaufstieg überzeugt waren. Und dann auch gesagt haben, okay, dann gehen wir halt eine weitere Saison mit dem Trainer in die Regionalliga und dann schafft das halt im nächsten Jahr mit den Jungs hochzugehen. Das findet man nicht so oft. Dann wird schon auch im Vorstand entschieden, ja, das ist ja schön, dass er einen tollen Punkteschnitt hat, tolle Erfolge im Pokal gefeiert hat, aber es ist halt Zweiter geworden. Ja, und dann gibt es halt nicht die Möglichkeit, weiterzuarbeiten. Und ich starte eigentlich in jedem Klub, um einfach langfristig zu arbeiten. Ja, die Erfahrung zeigt bei den anderen, dass es oft nicht gelingt, aber ich gehe nicht in einen Verein rein, wenn ich neu komme und sage, ja, gucken wir mal, wie das nächste halbe Jahr wird oder ein Dreivierteljahr und ein Jahr. Sondern eigentlich bin ich dann voll und ganz Trainer dieses Klubs und meist entscheiden dann andere, ob das weitergeht oder nicht. Das war selten so, dass ich eine Idee hatte, okay, ich bin hier am Ende, jetzt beende ich meinen Vertrag und gehe woanders hin. Das habe ich nicht gemacht bisher, auch wenn es vielleicht mal Möglichkeiten gab. Ich bin auch derjenige, der das zu schätzen weiß, wenn anständige Menschen um mich herum sind, die anständige Entscheidungen treffen. Ja, und am Ende will ich genauso erfolgreich sein wie jeder Verantwortliche hier im Klub. Das heißt eben auch, dass wir uns nicht nur menschlich dann gut verstehen müssen, was, finde ich, zu einer Leistungssteigerung auch immer wieder führt, wenn das da ist. Es zählt der sportliche Erfolg und den hatten wir ja zuletzt und wie gesagt, im letzten halben Jahr eben auch sehr tolle Spiele hier geliefert. Ich finde auch, dass unsere Fans einen Teil dazu beigetragen haben. Die Resonanz in den letzten Wochen, die war einfach auch bemerkenswert. Die Anerkennung, die ich persönlich dann auch erfahren habe von unseren Fans, tut mir natürlich auch gut und fühlt sich gut an. Insofern, wie gesagt, diese Entscheidung war dann relativ klar, auch zu sagen, okay, da kommen wir schon auch irgendwie zusammen. Ich bin jetzt keiner, der immer sagt, wir müssen das ganz schnell machen. Das ist eine Sache, die einfach dann auch ein Stück weit Zeit braucht. Der Verein ist auf mich zugekommen, dann haben wir die Gespräche aufgenommen und haben es gemacht. Und dementsprechend weiß ich das zu schätzen, wo ich hier bin und mit welchen Menschen ich zu tun habe. Bis 26. Ihre Frau kommt regelmäßig mit der Bahn hierher zugucken. Ist jetzt geplant Familie in Saarland? Sie werden Saarländer? Nee, das ist so nicht geplant. Sie hat schon ihren Kreis auch zu Hause. Andererseits ist es schon auch so, dass ich sie gerne um mich herum habe. Es wird aber wahrscheinlich auch dann wieder so laufen wie in den letzten Jahren. Ja, mit möglicherweise auch mal verlängerten Aufenthalten. Aber grundsätzlich ist es eher so, dass wir uns dann am Wochenende überwiegend sehen. Wenn Sie mal ein paar Tage nicht da sind, ist es auch gut. Alles kann ich jetzt öffentlich verneinen. Es ist nicht gut, wenn sie nicht da ist. Das ist klar. Wir fühlen uns schon sehr wohl miteinander. Und dementsprechend ist sie mit im Boot auch. Ja, das ist auch klar. Wenn sie das nicht so mittragen würde und da doch deutlich mehr Probleme hätte, wäre es auch schwieriger, den Vertrag zu verlängern, muss man ganz klar sagen. An beide? Gab es keinen Verein, der gesagt hat, kommt ihr zweimal zu uns und macht das wie in Elversberg? Das ist irgendwie, was ich in der Vergangenheit zu einer Vertragsverlängerung gesagt habe. Zu diesem Thema sage ich einfach nichts. Das geht jetzt noch drei Jahre so weiter? Das geht so weiter. Okay. Ole, bei dir das gleiche oder dann kann man das Mikro gerade stehen lassen? Ich kann sagen, das Mikro der Gase könnte ich übersprechen. Mindestens drei Jahre wäre das noch so weiter. Aber trotzdem, wir reden ja oft drüber, wenn das Ding in der 90. reingeht, reden wir nicht mehr über vorne dran das, sondern dann steht das Ergebnis und alles ist toll. Wenn Eros Datsai in Balingen das Ding nicht reinmacht und ihr gegen Stuttgart das Ding nicht dreht, heißt es nachher wieder, okay, Steffen packt es auch nicht in die dritte Liga und dann wäre vielleicht jetzt hier ein anderer. Irrealistisch ist sowas, das einzuschätzen, dass es auch anders laufen kann. Darfst du das machen? Ja, du darfst. Ich hatte schon Luft geholt, aber... Es ist ja relativ leicht zu beantworten. Natürlich ist es uns bewusst, dass es in jeder Saison ein paar Schlüsselmomente und Schlüsselerlebnisse gibt. Und das war mit Sicherheit einer, der uns zum Aufstieg geführt hat. Ich glaube schon, dass die letzten Jahre dann auch gezeigt haben, dass der zweite Teil der Frage auch klar zu beantworten ist. Dann würde auch kein anderer Trainer hier sitzen, dann wäre die Entscheidung auch nicht anders ausgefallen. Natürlich erwarten wir auch eine gute Leistung der Mannschaft und eine gute Entwicklung. Das ist ganz klar. Es geht jetzt nicht nur um Sympathie, die zweifellos vorhanden ist, aber darauf begründen wir nicht unsere Entscheidung. Aber wenn eine Mannschaft guten Fußball spielt, wenn ein Trainer mit den Jungs ganz klar umgeht und auch konsequent umgeht und einen sauberen Umgang pflegt, dann gibt es für uns einfach keinen Grund daran, was zu verändern. Sondern dann hätten wir einen neuen Anlauf genommen und hätten versucht, uns nochmal vom Kader zu verbessern und dann mit dem gleichen Trainer in diesem Jahr den Aufstieg zu schaffen. Aber es gab ja trotzdem, vor zwei Jahren war das glaube ich, wo es dann plötzlich hieß, die ist zu brav, die Mannschaft. Wir haben keinen, der mal richtig drangeht und wir brauchen da vielleicht irgend so einen, der vielleicht ein bisschen härter einsteigt. Und plötzlich spielt die Mannschaft ein halbes Jahr lang genau so, wie man es vorgestellt hat, man brauchte das alles nicht. Also irgendwie zu erklären ist dann doch nicht alles. Definitiv ist nicht alles im Fußball zu erklären und wir sind da sehr demütig und bescheiden in der Sache. Wir wissen schon, dass auch manches ganz gut gelaufen ist für uns und dass die Mannschaft immer in einen super Fluss gekommen ist und zusammengefunden hat, einfach einen Spirit entwickelt hat, der sehr selten zu finden ist. Also es ist nicht selbstverständlich, dass wir, wenn wir alles immer genauso nochmal machen würden, dass es auch genau das gleiche Ergebnis gibt, wo wir jetzt gerade stehen. Das ist uns schon bewusst, aber ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass es auch ein sehr gutes Ergebnis gegeben hätte. Dann die Erklärung noch von Haus Steffen. Ja, es ist glaube ich immer wieder so, dass es Situationen gibt, wenn Lauren von Pischowski gegen Ulm nicht das 1-0 macht und wir gegen Ulm 1-0 gewinnen, kann man das auch noch hinzunehmen. Also es ist ja immer so, dass ich gesagt habe, wir arbeiten an Wahrscheinlichkeiten. Dass es immer noch Dinge gibt, die ja irgendwie anderweitig beeinflusst werden, ist auch logisch. Gibt es einen Elfmeter, gibt es gegen Dresden einen 2-2 vor der Halbzeit, wo es einen Foul an Fellauer gab. Aber alle sagen, es war kein Foul. Für mich war es ein klares Foul, wenn das 2-2 zur Halbzeit steht. Wer weiß, wie dann der weitere Verlauf der Runde sein wird. Also das, was Ole sagt, wir wissen ganz genau, dass wir ein paar Dinge gut machen, aber wir wissen auch ganz genau, dass wir immer wieder diese Herausforderung annehmen müssen, noch besser zu werden und uns zu überprüfen, ob das noch alles richtig ist, was wir tun und unser Bestes zu geben. Das wird auch weiterhin so sein. Und dann brauchen wir hin und wieder auch mal Spielglück. Das habe ich immer erwähnt und das kann ich nicht beeinflussen. Ja, das sind die Dinge, die dann hinzukommen müssen, um eine Saison, die gut laufen kann, eben zu einer besonderen Saison zu machen. Das war im letzten Jahr eben dann gelungen, dass wir auch in der Rückrunde dann Spiele gedreht haben, dass wir das Baringen-Tor kurz vor Schluss gemacht haben, dass dann einfach drei, vier Aktionen so gut waren, dass wir in Mainz ein Publikum hatten, was uns unterstützt hat, den Vorsprung zu verteidigen, dass wir da aber auch ein Tor geschossen haben, wo drei Aktionen hintereinander einfach richtig gut gelöst worden sind. Das muss schon alles dann zusammenkommen, um dann auch so ein Ergebnis zustande zu bringen. Grundsätzlich haben wir die Überzeugung, dass wir ein gutes Ergebnis überwiegend schaffen werden, aber ob es ein sehr gutes wird, hängt immer dann von diesen Kleinigkeiten ab. Noch mal zurück zu Ihrer Frau. Wenn die jetzt gesagt hätte, Horst Reicht, komm zurück, mach noch ein bisschen Oberliga in Uerdingen, wäre das ein Argument gewesen für Sie, hier alles abzubrechen? Es ist sicherlich ein Argument, ja. Es ist schon so, dass ich weiß, was ich an ihr habe und an der Familie auch habe. Und wenn da große Probleme da gewesen wären mit einer Vertragsverlängerung, dann hätte ich mir das schwer überlegen müssen. Aber sie weiß eben auch, wie glücklich ich bin und mich fühle und kann das eben auch einschätzen. Sie fühlt sich auch glücklich und wohl hier, wenn sie hier ist. Insofern ist das aber schon auch ein Grund, wenn ich sage, wenn es da große Probleme gibt, wäre ich blöd, wenn ich meine Partnerin da nicht unterstütze in ihren Sorgen. Und Gott sei Dank habe ich das eben nicht und wir fühlen uns beide wohl und haben dann schon auch gemeinsam besprochen, wie das laufen soll. Gibt es den gleichen Kader wie letzte Woche? Keiner der Verletzten zurückgekommen. Robin Fellauer ist jetzt soweit teilintegriert im Training, dass das schon mal vielversprechend aussieht. Aber eben erst seit gestern und dementsprechend wird das noch keine Option sein für das Wochenende. Und auch bei Kevin Konrad und Semichain sieht es aktuell vom Verlauf her eher ganz gut aus. Jetzt müssen wir abwarten, wann sie einsteigen können und dann eben auch, wann sie so fit sind, dass sie auch wieder auf dem Platz können. Robin Fellauer war der entscheidende Spieler bei Viktoria Köln. Wobei die Leistung eigentlich fast ähnlich war wie in Wehen. Nur Wehen spielt dann halt so, dass man nicht gewinnt. War das jetzt ein Unterschied vom Gegner oder habt ihr noch Probleme irgendwie ständig dieses Top-Niveau abzurufen, gerade auswärts? Also ich glaube, dass es möglich ist, dass wir das Top-Niveau auch wieder erreichen. Das ist aber auch außergewöhnlich oft in der Vorrunde der Fall war. Wehen Wiesbaden war ein Gegner, der an dem Tag eben auch schon uns mehr abverlangt hat, als glaube ich damals noch Viktoria Köln. Nichtsdestotrotz hätten wir in der zweiten Halbzeit wieder ins Spiel zurückkommen können, auch gegen Wehen zurückkommen können. Wir hätten ein bisschen mehr Konsequenzen noch nach vorne haben müssen. Aber dass es hin und wieder Spiele gibt in der Form, wie es Wehen Wiesbaden jetzt gab, war eigentlich vor der Saison für uns häufiger zu erwarten gewesen. Ich hoffe, dass es jetzt eine Ausnahme sein wird, dass wir nicht ganz so zu unseren Momenten kommen. Aber wir können auch damit rechnen, dass es immer wieder mal vorkommt, dass wir Gegner haben, die gut sind und uns Probleme machen. Damit ist zu rechnen. Wir wollen aber besser spielen, als wir das gegen Wehen Wiesbaden gespielt haben. Und das ist oft passiert, dass wir eine bessere Leistung hatten als in Wehen. Die Fehlpassquote und auch diese Ballannahme, mangelhaft, sagen wir es mal so. Und das passiert aber bei euch dann nicht bei einem oder zwei Spielern, sondern genauso wie wenn alles läuft im Kollektiv, dann läuft auch alles bei jedem schief. Das ist aber auch außergewöhnlich. Ja, also diesmal war es so, dass ich das auf vielen Positionen so gesehen habe. Es gab schon immer mal wieder Jungs, die dann auch nochmal herausstachen und anders unterwegs waren. Gegen Wehen waren dann doch viele Bälle weg, die wir normalerweise irgendwie an den Mann bringen. Es hat sicherlich auch damit zu tun, wie wir ihn verteidigt. Ja, dass wir dann gezwungen werden, auch unsere Konzentration sehr hoch zu nehmen und dann vielleicht bei einfachen Ballkontakten das Gefühl haben, okay, jetzt können wir ein bisschen durchschnaufen und dann ist der Ball weg. Das hat zum Teil eben was mit Wehen zu tun gehabt, aber eben auch mit unserem Fokus, wo ich sage, wir müssen wieder fokussierter sein, noch konzentrierter sein. Das wollen wir gegen Ingolstadt dann eben auch zu Hause wieder zeigen, dass wir das können und dass es eben eine Ausnahme war, dass wir so viele Bälle weggespielt haben. Goppel ist erste Halbzeit on fire, nur ab und in der zweiten Halbzeit, glaube ich, nach 50 Minuten noch ein Lauf und eine andere Mannschaft auf dem Platz bei euch wie vor der Pause. Das war aber nach einer Viertelstunde klar, dass das in die Hose geht, wenn ihr so weiterspielt. Wieso kann man das nicht nach 20 Minuten oder einer Viertelstunde so ändern wie in der Pause? Ja, weil die ersten zehn Minuten kann man, glaube ich, auch da wegnehmen. Also die ersten zehn Minuten waren eher mein Gefühl, ach ja, wir kriegen schon unsere Ballbesitzphasen hin, wir kriegen das schon ordentlich hin. Ja, der eine Angriff, wo Issey flankt, war halt mal ein Angriff und dazwischen hatten wir relativ viel Ballbesitz, sodass das Gefühl da war auch, wir kriegen unsere Angriffe hin. Das hatten wir in vielen Spielen, dass das dann eben auch noch nicht unbedingt bis ins letzte Drittel kam. Wir hatten in vielen Spielen die Führung relativ früh, in diesem Fall war es halt nicht so. Ja, und dann haben wir einen Ballverlust und kein Gegenpressing und dann gibt es einen langen Ball und steht auf einmal 1-0. Ja, und dann war es so, dass die Abstände ein bisschen größer wurden, dass das weniger mit der Formation unbedingt zu tun hatte, dass Abstände da waren. Und der Gegner eben auch eine Qualität hatte, das zu bespielen. Und es war dann noch ein Ball auf Goppel, wo es eine Flanke gab, die Niko Antonitsch normalerweise wegnimmt. Der rutscht weg. Ja, dadurch kommt eben die Chance von Bretagne zustande. Und ich sage, da kannst du dich nicht darauf vorbereiten. Und ja, dementsprechend war es so, dass ich sage, das war eigentlich die ersten zehn Minuten ausgenommen. Dann zehn, 15 Minuten, die nicht so gut waren. Da kannst du schon überlegen, ist das noch gut, was wir da machen. Aber so eine Umstellung, wo es mehrere Mannschaftsteile betrifft, ist dann eben auch nicht so ganz einfach vorzunehmen, weil wir in 4-3-3 dann hätten spielen wollen, was wir auch noch nicht gespielt hatten vorher. Und dementsprechend hatten wir dann die Halbzeitpause genutzt, um das zu verändern und nochmal klarzumachen, wie wir dann auch unsere Laufwege haben. Das war der Grund, warum wir nicht frühzeitig das verändert haben. Und manchmal ist es auch nicht die Systematik, die das Problem ist. Ja, wenn dann diese Unkonzentriertheiten dazukommen, dann hast du in jedem System Probleme, das zu verteidigen. Und das war eben eher noch das Thema, dass ich sage, wenn wir so Fehlpässe spielen und die Ballkontrolle nicht da ist, wie sie normalerweise bei uns da ist, dann kannst du ein System wie du willst. Wir müssen uns besser konzentrieren. Und das war eben auch das Thema, was wir dann in der ersten Halbzeit eher noch gesehen haben, dass es nicht unbedingt Systemfrage ist, dass wir das nicht verteidigt bekommen haben. Haben Sie diese Woche einen Vergleich zu dem neuen Gegner Ingolstadt von einem anderen Gegner, der ähnlich spielt in der Saison? Nein, es ist jetzt für mich nochmal die Klarheit auch gewesen, dass wir sagen, wir gucken, dass wir wieder gut sind. Ja, das ist das Erste, worum es geht. Und dann bereiten wir natürlich auch Ingolstadt vor. Aber klar muss es sein, wir müssen an unsere Leistung kommen, unser Leistungsniveau erreichen und dann können wir den Gegner vorbereiten. Aber das ist so das Gefühl, das wir transportieren wollen, dass wir an unsere Stärke einfach glauben und das auf den Platz bringen. Und dann muss der Gegner das schon sehr gut anstellen, dass wir da große Probleme kriegen. Und nichtsdestotrotz kann Ingolstadt uns weiter Probleme machen, weil sie auch gute Spiele haben. Ohne noch eine, dann war es das. Bei der Leihgabe Nick Woltemar, ist da Bremen auf euch zugekommen oder seid ihr auf Bremen zugekommen? Ne, Bremen wurde zu einem etwas späteren Zeitpunkt in die Überlegungen eingeweiht, sagen wir mal so. Ah so, also zuerst Spieler, dann Bremen. Ja, es war mit Sicherheit von Bremer Seite auch ein Wunsch, den Spieler zu verleihen, weil sie schon nach wie vor eine hohe Qualität und viel Potenzial in ihm sehen. Zu welchem Verein es dann geht, das war dann nicht mein erstes Thema. Sondern das erste Thema ist dann natürlich auch, den Spieler und den Berater vielleicht von der Idee zu überzeugen, dass es der richtige Schritt hierher wäre. Beziehungsweise es war in dem Fall gar nicht so schwer, weil ein ähnlicher Fall mit dem gleichen Berater schon mal ganz gut funktioniert hatte, von der Entwicklung eines ausgeliehenen Spielers. Ja und dann muss natürlich Bremen zu einem späteren Zeitpunkt auch noch mitspielen. Aber es war nicht so, dass Bremen auf uns zugekommen ist und uns gefragt hat. Also auch beim Berater war es so, der Weg dann von euch beziehungsweise von dir aus. Kannst du dir das vorstellen? Es war in der Vergangenheit schon mal so, dass ich mich nach dem Spieler erkundigt hatte und es da noch keine Möglichkeit gab. Und daran hatte sich der Berater dann zum späteren Zeitpunkt erinnert. Dortmund hat zur Zeit auch ein Problem mit einem Stürmer. Oder ist das utopisch, dass so ein Spieler dann auf Elversberg kommt? Vielleicht hat er auch den gleichen Berater. Ich glaube, wir sind momentan schon vom Kader sehr gut aufgestellt. Ich habe großes Vertrauen in unsere Jungs. Natürlich überlege ich immer und schaue, wo wir vielleicht noch ein bisschen Potenzial rauskitzeln können und uns noch verstärken können. Das ist klar. Aber ich glaube, der Fokus für die Rückrunde sollte ganz klar auf den Spielern sein, die jetzt unter Vertrag stehen. Ich glaube, die haben es sich auch verdient, dass wir ihnen vertrauen. Das heißt nicht, dass ich es komplett ausschließen würde, dass noch ein Spieler dazukommt. Ich habe eine Frage an dich, Ole. Aber stellvertretend für euch beide, weil ihr bleibt beide noch länger hier und ihr wollt, dass es vorangeht. Die eine Baustelle, die war dann vielleicht die einfache. Es muss ganz viele Baustellen hier noch geben. Ihr werdet auch gefragt haben, welches Stadion steht ihr durch Absommer zur Verfügung? Wie ist die Infrastruktur für die Mannschaft, Kabine etc.? Was ist so euer Stand, damit ihr auch gesagt habt, okay, den Weg können wir gut mitgehen? Ab wann könnt ihr wo, wann sein? Wie verändert sich das alles? Wie ist so euer Zeitplan dafür? Am Ende des Tages gibt es ein großes Commitment des gesamten Vereins und aller Gremien, dass wir uns auch infrastrukturell ganz klar verbessern wollen, dass wir uns den neuen Gegebenheiten einfach anpassen müssen. Wir sind jetzt nun mal in der dritten Liga und natürlich müssen wir auch Vorsorge treffen für den Fall, dass der Unfall passiert und wir mal in die zweite Liga aufsteigen. Also sollten wir schon auch gucken, dass wir am liebsten bei uns an der Kaiserlinie spielen können. Das ist auch mein persönlicher Wunsch natürlich und ich hoffe, dass es auch so zu realisieren ist. Denn ich glaube, unsere größte Stärke ist immer noch hier zu finden. Also ist der Wunsch ganz klar, in diesem Stadion zu spielen und das am liebsten immer. Und klar, Trainingsgelände ist ein wichtiges Thema, was mit Sicherheit auch den Cheftrainer einfach seine konkrete direkte Arbeitsbedingungen sehr betrifft und auch in den Gesprächen immer wieder ein Thema war. Und auch da zieht der ganze Verein an einem Strang und versuchen da wirklich schnellstmöglich, aber auch bestmöglich eine Lösung zu finden, sowohl bei Stadien als auch bei Trainingsgelände, die dem Verein langfristig und mittelfristig hilft und uns nicht auf der anderen Seite an etwas fesselt, was uns dann irgendwann nicht mehr gut tut. Ich glaube, es gibt genug Beispiele für Stadien, die den Vereinen dann über eine lange Zeit nicht geholfen haben, sondern im Gegenteil wirklich sich als Klotz am Bein dann rausgestellt haben über die Jahre. Also da sollten wir schon mit Augenmaß vorgehen und für uns die maßgeschneiderte Lösung finden. Und da sind genug schlaue Leute hier unterwegs, die versuchen einfach das Beste rauszufinden und natürlich auch in Abstimmung mit DFB und DFL die entsprechenden Anforderungen jeweils zu erfüllen. Wunschlösung in Sachen Stadion ist klar, dass ihr hier bleiben könnt. Wie ist eure Wunschlösung in Sachen Trainingssituation für die kommenden Monate, aber dann spätestens wahrscheinlich ab Sommer? Ja, die Wunschkonstellation ist, dass wir es schaffen in St. Ingbert unser Trainingsgelände zu bauen und das natürlich so schnell wie möglich, aber am Ende des Tages auch so gut und nachhaltig wie möglich. 2026 bis Sommer, da gehe ich von aus, Juni. Es läuft alles so nach euren Vorstellungen. Frage an beide, wo seid ihr dann? Also A in welcher Liga am besten und B mit dieser Weiterentwicklung? Also jetzt kommt nicht mit, wir wollen nur Spieler weiterentwickeln, sondern... Ich hoffe, dass wir erstmal noch hier sind, also jedenfalls wo wir sind. Ich hoffe, dass wir hier sind und vielleicht sich aber auch einiges im Umfeld getan hat, also dass das Stadion schon ein bisschen anders aussieht. Das ist natürlich ein großer Wunsch, auch von mir persönlich, dass ich das noch hier im Verein erleben darf. Und auf der anderen Seite hoffe ich einfach, dass wir den Fußball wirklich noch weiterentwickeln, dass wir sagen, wir haben so eine Freude gemeinsam gefunden, die Mannschaft weiterzuentwickeln, einen tollen Fußball zu spielen und die Leute zu begeistern. Ich sehe die Entwicklung einfach noch nicht am Ende. Auch wenn es schwer wird, uns da natürlich noch zu verstärken und besser zu werden. Aber das ist das, was mich antreibt. Und am Ende des Tages weiß ich natürlich, worauf die Frage abzielt, auf eine reine Ligenzugehörigkeit. Ich hoffe, dass wir dann so gut dastehen wie irgendwie möglich und wahnsinns Fußball spielen. Und viele Fans zu uns kommen alle zwei Wochen in ein schönes Stadion. Das wäre mein Wunsch. Ich könnte jetzt spaßeshalber den Spaß von unserem Torwarttrainer Sascha Pugit mitnehmen. Er möchte gerne nach Sevilla. Mache ich jetzt mal. Aber es ist klar, dass das nicht ernst gemeint ist. Wir können alle nicht in die Zukunft schauen. Wir wollen echt eine gute Zeit verlängern, die wir bisher hatten. Und das bestmögliche Ergebnis rausholen. Und was das sein wird, wissen wir nicht. Ja, ich freue mich auf die Zeit. Aber ihr kennt mich jetzt auch schon lange genug, was übernächste Woche ist. Das weiß ich oft nicht. Insofern interessiert mich das, was wir jetzt vorzubereiten haben. Eben das ist Ingolstadt. Und da bin ich dann eben auch heiß drauf, dass wir da einen guten Plan entwickeln und ein gutes Spiel machen. Es scheinen alle zufrieden zu sein. Damit danke ich mich bei euch fürs Kommen. Noch ganz schnell den organisatorischen Hinweis, was die Verkehrslager am Samstag angeht. Wir haben nur die Weidstraße in Elversberg als Einbahnstraße Richtung Heinitz eingerichtet. Und der Park-and-Ride Parkplatz in Heinitz ist mit Shuttle Service, mit kostenlosem Shuttle Service ebenfalls eingerichtet. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Wir sehen uns am Samstag wieder. Macht's gut.